hallo und herzlich willkommen zum ersten pvp event von minecraft magical mit neuen teilnehmern wir haben zwei zauberstäbe ein eisenschwert die errüstung und ein goldäpfel und ich habe allen ein bisschen regeneriert ansonsten es hat ein bisschen mehr ich würde sagen wir starten in 3 2 1 an der wieser jemanden an Hilfe Hilfe dann noch auf ja du hast die pferde in Ruhe hey den habe ich getrunken wieso wie sie dich an oh mein gott oh mein gott ich habe mich etwas mit 10 9 an hier ja Peter das ist umfeld Peter Aua Aua muss treffen Alter wie slagged ja Alter man muss halt immer sein schwert benutzen Alter ich treff gar nicht Micky target und Peter warum werde ich getargetet? von mir Alter das das machen wir auch nein aber ich habe gemerkt dass der zauberstab gar nicht mal so viel schaden macht echt? da gibt es bessere ja aber das heißt warum targetten mich alle hör auf ich targette dich ja hör auf oh Gott eben was ich muss essen nein 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 ich habe glaube ich die scheiß Zauberstäbe hä ich muss meinen guten Zauberstab abgeben weil meine Maus gehangen hat tja aber übrigens der Zauberstab der ist gar nicht mal so gut der sieht nur gut aus ja der sieht gut aus aber der macht übelst wenig damage wer ist die Kuh? ich stürte die Kuh ah ne zockerlp wer ist die Kuh? hi die Kuh ist keiner irgendwen habe ich gerade richtig gut getroffen ich schlag erstmal mit der falschen Waffe auch gut Niki tschüss frag mich wann jetzt mal wer stirbt oh ist lecker mega weil ich schrotten die alle auf Zauberstäbe genommen vielleicht sollte man Regeneration ausmachen ne das ist ja mit Absicht so ja ist klar aber so stirbt halt niemand ja mach mal du ich werd grad getargett ja ich... ja dann sterbe ich flash effect 4 achso Alter ich wär ... Joke Momo Okay, jetzt ist es nur noch 0 Häh? Alter, warum schriftst du mich immer? Häh? Alter, wie schlägt der? Aaaaaah Hä, der hat so einen Eisstab oder so Wieso schlägt es gerade eigentlich niemand? Als Niemand Möchte Oh mein Gott Alter Ich weiß nie wen ich treffe Alter wie verwirrend ist das Ich habe gerade Ziemlich stark genügend Ich habe noch keinen Goldabwehr gebraucht Ich habe schon beide verbraucht Ich auch Ich werde wieder nur getragen Ja ich auch Problem ist ich bin gut in PvP Aber nicht in sowas PvP Da kann man keine Kombos verteilen Au Au Aber man muss halt sagen das ist realistischer Wer schlägt denn irgendwie fünfmal in der Sekunde Also sorry Ja aber ich meine real life Der Mordabwehr ist auch Schwert Ich den gerade getroffen habe richtig Aber man regeneriert Aber ich habe so eine Schwank Bei mir ist der Deck halt so mega Alter Ich habe nicht Können die LP treffen und nicht Hallo Ja Oh ich bin so one shot Ich bin tot Das ist halt eher so Ja Oh der erste ist down Oh Oh Ja gut Da er gelieft ist Ist er ausgeschieden Oh Gott Ich glaube ich muss gleich einen Goldapfel fressen Erst jetzt Ich habe geschossen Was passiert hier gerade ich werde richtig angegriffen Ja weil du doch zwei Goldäpfel hast Ich habe keinen Ja schade würde ich mal sagen Ich hatte auch keinen mehr Warum kriege ich denn jetzt Tag hin Was ist denn das für ein Scheiße Wieso wirst du so schnell Wer Du Ich habe keine Ahnung Tschüss Melonkiger Ach wir bräuchten irgendwie eine Lebensanzeige Damit man mehr gefokust wird Wenn man low HP hat Das wäre übelst scheiße Alter das Von wegen macht wenig Schaden alter Ja vorher war Regeneration an Und dieser Zocker Epic kapiert nicht dass hier 1 12er pvp ist Ja der luket doch auch nicht Alter ich habe overwatch aim Sorry dass ich nicht in minecraft gut aimen kann Aber ich spiel halt in overwatch Ja overwatch Wann stehen Ich spiel schicht das eng aus Ja von mir Ich habe zu feller Ich habe zu feller Ich habe zu feller Ich habe zu feller Das ist noch schlimmer Oh mein Gott Ja was macht er denn Ich habe keine Ahnung Ich weiß Tschüss Tschüss Peter Alter was Junge wie krank ist denn die scheiße Oh mein Gott Ich glaube zuerst geht ein Rüstungsteil von uns kaputt Wovor dass wir uns töten Naja einer ist ja schon gestorben ne Echt? Ja Ich bin so langsam auch auf das mal beim halben Leben ne Meine Diarrüstung ist schon Oh nein Melonenkrieger hat auch so ein Disruptor Ah Melonenkrieger ich räche dich Peter Ja Jawoll Ich habe mehr Zauberstäbe Ich würde gerade irgendwie Ich habe mehr Zauberstäbe als vorher Nice Wer ist schon alles gestorben? Ich weiß es nicht Aber ein paar Zwei Leute Ich habe gerade einen Melonenkrieger nochmal getroffen Oh Aber Momo du wirst halt nur getargett Gefühlt Ist das wirklich so ne? Ja er ist der Projektleiter Ja nicht nur er Ah Habe ich irgendwie Ah ne Ach da also Ich glaube Momo ist auch ein bisschen bekannter Ja er hat ja auch 100 Abos Natürlich ist er bekannter Ich habe 125 ja Und nicht an dem den ich gerade anvisiert Ah Oh meine Maus Ah Gold Apfel Alter Leute was geht ihr auf mich Alter verpfiff dich Alter Jetzt wird es ernst Ich brauche ein Gold Apfel gleich Oh Gott Jetzt wird es so lange Ist er wirklich ernst Was ist noch kein Kräfer dieser Melonenkrieger Sag mal ist das wieder mal voll aufgeladen Nein hör auf auf mich zu gehen Ja du gehst auf mich Nein nicht du Melonenkrieger Der geht jetzt voll der kann auf mich Ja ach ne auch gemerkt ne Ach man der kann irgendwie immer fliehen Schön dass ich Ersatzrüstung im Inventar habe Weil ich Ja schön für dich Ich habe schon seit Beginn des Dings nichts mehr Ich habe nichts mehr Hilfe Oh ich habe richtig viel Ersatzrüstung Bei mir aktiviert sich immer F9 Was ist F9 Da werden die Tanks angezeigt Alter Ich kann dir mal kurz leben Ich auch Ey Alter Das ist ja dauerhaft ne Das lag gerade so ein bisschen Na komm Leiste füll dich Und dann Junker ausmachen Das sind Schlecken Hallo Hi Nein 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 Alter der rennt dann immer weg Und deswegen rennt Hallo Ah jetzt Wo seid ihr eigentlich Wir kämpfen Wir kämpfen Später noch im Spiel Es leben noch 4 Leute Oh Gott das macht richtig Schaden Mir hat das null Schaden gemacht Aber gut Bei mir macht das immer mein halbes Leben Alter ich Man kann den Stab aber selten einsetzen Er hat halt irgendwie Stäbe die man auch schnell einsetzen kann Oh Gott Ich hab halt nur so langsame Stäbe ne Wir leben Wisst du aber nicht So lange ist eigentlich unser Team Name Ja vielleicht Hashtag Team Ja Hör auf Mama Hör auf ich sterbe Alec Standbild Wir können das so machen Oh ich hab Gameplayer erwischt Ich hab Gameplayer erwischt Achtung ich glaub Paul Grafft steht jetzt mal Ich glaub Paul Grafft steht jetzt mal Alter Ah ich komm mich mal besuchen Alter das ist ja mal ein richtig geiles PvP Event Irgendwie hätte ich jetzt gerne noch einen Teil 2 Ich auch Ich schon Alter wenn ich das gewinn Wir können ja mal fragen ob noch ein paar Wir können ja mal fragen ob ein paar noch Bock haben oder so Wir können ja mal fragen ob ein paar noch Bock haben oder so Ja ihr müsst ja nicht mitmachen falls jemand Bock hat über ihn noch mal fahren Ich targete den auch Ich hoffe nicht mehr Lohnkrieger weil Der spieler ist ja Darf ich den Zauberstimme behalten? Nein Nein Clear lieber alle Clear Ach halt warte der ist ja gestorben stimmt Der hat die ja gar nicht mehr ne Der nix noch mal schlecht Wenn es die Game wird schlecht ist sie open Und dann einfach alle reintun Kann man nicht irgendwie auch das PvP aktivieren Der ist eins neuer ist gar nicht mal so scheiße Der ist eins neuer ist gar nicht mal so scheiße Ich hab dir das komplett scheiße Ich hab dir das voll schlimm vorgestellt Oh mein Gott nein nein Scheiße 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 Shit 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 Oh mir ist doch ein Kopf Ich hab den Minecraft Frag mich warum Heeeey Was ist dumm Okay wer hat nämlich die ganze Zeit getargetet Oh ich habe Öffaut Die 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 nicht mehr drin sind Geht mal kurz in Aufnahme Nein Hey Leg Wie willst du Legs Oh Leg Wir hatten vielleicht unsere Invitanten Gecleat Oder soll ich Was ist das Was ist das Da ist jemand gestorben Da ist jemand gestorben Äh Paul werden unsere Invitanten Gecleat Dann Peter komm in mein Büro rein Ne Das stinkt Das ist nach scheiße Du hast doch letztens die Wand Äh Gameplayer Wo ist Gameplayer Wo ist Gameplayer Oh mein Gott Aufnahme Öffentlich Erstmal Lebensenergie stehlen hier Mein Vorteil war halt dass ich die Mod schon kannte Ich kannte nur ein Zauberster Ich kannte nur ein Zauberster Oh ein Den habe ich ausgerüstet Peter ich habe ein Herz Hallo Jetzt hast du keins Hä wo seid ihr Ihr seid nicht mal in der Arena Ja ich weiß Ja wir wurden Ich wurde am Spawns Oh mein Gott Oh mein Gott Ist eigentlich Zeit für Lechsen online Zeit für Lechsen So Paul hast das immer zu Luke gesagt Nicht aus WTF ich hab ne Kuh anvisiert Au nein Aaaaaaah Vor allem Melonky Er wird einfach komplett in Ruhe gelassen Ja Wir müssen gehalten Das kommt in der ähm Tornraschenzimmer Aber äh Wären unsere Emotionen Wurde eh gekillt Wurde eh gekillt Also habt ihr nichts mehr Aber Von den Anderen meine ich Ja die sterben ja auch noch Vom Gewinner wirds gekillt Achst du also dürfen wir jetzt nochmal weiterspielen Ja Ne ich Ich machs erstmal nachts in den Windgeber Darf ich sagen was das für meine Aufnahmen zu müssen Ich habe weiter geschlossen Danke dass du bei meiner Abbot reinreden musst Hä macht man das nicht so Ja Als unprofession Alter die gehen irgendwie komplett auf mich Ich würd so gern zugucken Ich auch Alter Unfair Du bist der äh Server Wie heißt das Server? Oh mein Gott oh mein Gott oh mein Nein Scheiß So das war's dann mit dem Video Ich hoffe es hat euch gefallen Abonnieren nicht vergessen Und falls ihr nichts verpassen wollt Aktiviert auch gern die Glocke Und tschöy Bis zum nächsten Mal.